Hallo YouTube! Willkommen bei unseren Let's Play Together Minecraft. Mein Name ist iSmokeYou. Und ich bin LokiRox. Ja und wir spielen heute zusammen Minecraft. So, ich ändere mal die Sicht, dann sieht man, kann ich auch ein bisschen bisschen spielen. Ja, wir haben hier ein schönes Eckchen gefunden auf dieser Insel. Wir wollten hier vorne unsere Häuschen hinbauen, weil wir haben uns hier ein bisschen umgeguckt. So, aber bevor wir anfangen, brauchen wir erstmal Holz. Da haben wir ja genug hiervon. Hier in der Ecke gibt es ein bisschen was. Ja. Fangen wir mal an. Auf Holz zu klopfen dreimal. Ja. Na ja, nochmal mit Glyver machen. Na, schauen wir mal, wie gut das jetzt hier wird wieder. Ja. Aber eine Crafting Table baue ich jetzt auch sofort. Weil ich hab keinen Bock, dass das so lange dauert. Das ist schon mal gut. Dann gibt das auch schon mal eine Holzachse zumindest. Wobei, eigentlich können wir auch direkt einmal eine Holzspitzhacke und dann können wir halt Stein abbauen. Ein Stein ist hier oben auch weggegangen. Ja. Das hatte ich auch vor. Okay. Weil so ein mit Holz ist ein bisschen mühselig. Bringt aber das nicht so richtig viel, ne? Ne, nicht wirklich. So. Autsch. Aber in der Zwischenzeit geh ich trotzdem schon mal noch ein bisschen Holz klopfen. Auch mit der Handkante. Ich hab ein neues Style. Das dauert ja nicht lange, bis ich hier ein bisschen abgeerntet habe. Ja, deswegen ja. Aber in der Zeit wäre ich bestimmt auch schon wieder mit einer Achse fertig gewesen. So schnell wie die kaputt gehen aus Holz. Ja, das könnte gut sein. Ja. Na ja, egal. Mal. Ich kann mal nach oben. Ich hab schon ein bisschen. Ich hab schon ein bisschen. Und möchte immer noch Holzachse. Neu weiter auf Holzhacker-Burm. Ja. Ja. Da würde ich recht zügig anfangen mit dem Haus, ne? Weil... Wird schon dunkel oder was? Ne, das nicht, glaube ich. Aber geht ja recht zügig. Kennen wir ja. 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 Aber wir sollten zusehen, dass wir Essen kriegen. Nichts. Oh, ja. Das war ja... Das ist ja nicht unbedingt einfach immer, ne? Wenn man... Wenn man überlegt. Ja. Vom Map zu Map schon mal ne Katastrophe. Ja. Da würde man heute überhaupt nix, ne? Aber Schafe... Schafe ohne hin. Komisch, ne? Ja. Keine Ahnung, wieso. Ja. Ach ja. Holz hätte ich ein bisschen... Hast du noch... ... diese Stände drin. Aber scha... Aber hier scheint echt nur die eine Sorte Holz zu geben, ne? Also hier die dunkle. Ja, sieht momentan zumindest so aus. Ich hoffe... Ja, wir müssen das oder so ein bisschen gucken hier. Wegen... wegen Futter. Ich hab bis jetzt auch nur Schafe hier gesehen. Ja. Eine Kür wäre optimal. Immerhin wird die Höhle schon hier. Soundtechnisch übrigens angezeigt. Ja? Ah, das war schön. Ja. Ja. Also überhörst du sie nicht. Ne, das nicht. Das ist doch gut. Ich werde mir jetzt mal ein Schwert machen, weil... Ja, das wäre echt nicht schlecht. Da war auch Kohle irgendwo in der Höhle, glaube ich. Ja, Kohle gibt es ja da recht häufig immer eigentlich. Ich mach mal zwei Schwerter. Ja. Hier ist Kohle. Ah. Ich decke aber mal das Wasser hier ab, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Ah, Eisen ist hier auch. Ja, korrekt. Ja, da ist schon wieder das Loch. Ja, fand ich ein. Wow. Ich werfe nur. Und das ein Skelett unten. Ja, es ist ein Schwert von Feen gelaufen. Ah, danke. Ähm. Und jetzt würde ich fast sagen, ich gehe irgendwie mal gucken, dass ich was zu Futter empfinde. Sonst stehen wir gleich wieder da. Ja, ne. Wir sollten erstmal das Haus hier fertig bauen, weil wegen der Nachtliebe müsste ja erst gleich kommen. Stimmt. Ja. Und Schafe, oder kümmere dich erstmal um Schafe, dass wir ein Bett vielleicht kriegen schon. Ach, ein Bett. Gut. Ja, klar. Ist ja nur, dass ich wieder irgendwelche, ne? Arme Schafe hier abschlachte. Ja. Wenn du The Black, ähm, The Black Sheep geguckt hast, dann weißt du warum. Ne, hab ich nicht. Boah, der ist so geil. Ja, Sexwolle brauchen wir dann, ne? Ja, insgesamt. Ja, klar. Ich habe mal die Crafting-Box nach unten. Autsch. Dann können wir hier vorne... Fange ich mal ein bisschen an hier. Ah! Was ist denn da? Was ist denn da? Ja, die Wolle habe ich. So. Was für viele Sterne habe ich noch gar nicht abgeerntet. Okay. Okay. Oh. Jetzt habe ich nasse Füße. Toll. Achso. Nehmen wir hier den Baum mitzusetzen. Oh. 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 Abreißen Ja ich denke, für den Anfang reicht das ja erstmal Die wird ja so, das war ja weiter, früher oder später Ja, was ich hier baue, wird sowieso wieder nicht schön, so wie ich mich kenne Ja, so ist das Platschbar Hauptsache ne Wandkreise Ja, das ist mir egal Ach schon mal, direkt den Ofen als Wand mit benutzt, mal jetzt den Glückwunsch Ja, aber man muss ja Platz sparen, denkst du wenigstens? Ja, Holz sparen, Rohstoffe, ne? Ja, Holz haben wir ja leider nicht genug hier Ja, aber man muss auch erstmal abgehauen, weil jetzt im Dunkel ist es nicht Ja, das stimmt 1-1-1, ey, die ist auch nichts, egal was ich mache, ist nie richtig Schlimm ist ja Weißt du, aber hier mit so einem Wasserloch im Haus, ne? Ja, das... Ja, warum magst du es nicht, wenn hier so... Hast du nicht gerne fließend Wasser? Ja, aber so fließend, naja Also ich schon, ich schon Ach, mecker nicht hier Haben schon abgestellte Warum nicht? Eins ist da, was ich wirklich gut kann So Ja, bisschen Licht Man hat kein Holz mehr Ins Dunkelbring Jetzt stehe ich da mit meinem Talent Ja, ich hab noch was 28 Ach, ich geh mir nochmal schnell neu jetzt schlagen Bisschen Holz werden wir eh noch brauchen Aufgedauert zu sehen Ach, sowieso Aber eigentlich, ähm, müsste das reichen, was ich hier noch drin habe Ja, ich geh mir auch schon wieder Nur ein Baum geschlagen Oh mein, mein Zwischendurch oder jene, wo Einen hinsetzen So ein Setz legen Ne? Alles für die Natur und so Und ich merke schon wieder, ich kann nicht mehr rennen Ja klar Ja, super Hast du eine Tür schon gemacht? Oh Nö Brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Das reiht so, was wir hier haben So, komm Willkommen 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 Ohne Tür? Ach, hast du zugemauert komplett? Ja klar Dann gute Nacht, Jobboy Na gut, dass die Nacht schnell umgeht Mit dir zusammen Ja Nein Gott sei Dank, ne? Sorry dir Aber schon muckelig hier So, komm und flog Ja, zur Strafe hast du jetzt zwei Türen Boah Hast du diesmal auf die Breite geachtet? Glaubst du dran? Es sieht danach aus, aber ich glaube nicht dran Es war einfach Zufall Äh, ich hab hier auch Eisen schon drin, ne? Brauchst du irgendwas aus Eisen? Nö, ich wollte mir jetzt eine Schippe machen Nö, ich könnte aber Nö, Sand er bauen Nö, ich könnte aber Ich könnte aber ein Schwert machen Ach, guck mal Ich hab doch ein Schwert Ich hab dir doch schon ein Schwert gemacht Nö, Eisenschwert mein ich Ey, du, du hast mir meine Sticks geklaut gelungen Höhöhöhöhö Heleh hehhöhö Oh ne Mauer So Aber ein Eimer mach ich schon mal So, ich geh dann mal ein bisschen Sand abbauen Ja Damit wir auch irgendwann mal vielleicht ein Fenster oder so kriegen Man weiß ja nicht, vielleicht braucht man so was ja mal Du brauchst du Fackeln? Ich brauch jetzt grad nicht, jetzt wär hell Ja, wenn du Holzer während hast, dann brauchst du's ja eh nicht Ich guck nur gerade, wo ich mir den Sand hier abbaue Ja, nicht direkt vor der Haustür, deswegen bist du Ja, deswegen guck ich gerade so ein bisschen Cooler wär eigentlich aber zu essen, weil ich kann nicht mehr hin Ja, ich hab zwar noch ein bisschen, aber wird langsam knapp Ich hab noch zwei hier, so keulen, ja, die sind keulen angezeigt Dann geh ich mal nach Essen aufgucken Ja, mach das Ach komm, ich brauch hier den Sand, hier sieht gut aus, hier ist genug davon Was hast du, du hast genug davon? Samt, hier aus der Ecke noch nicht Ja, ja, okay Hm Ist vom Haus aus nicht direkt zu sehen Ich leg aber mal ein paar Fackeln hier hin, nicht dass ich mich verlaufe Nö, das wäre nicht so schön Ja Hm Wer kann's nicht, sich mal verlaufen haben hier in Minecraft? Boah Ich habe es zum Teil verflucht Ach, ich hab mich schon so übel verlaufen, da sind echt quasi Spieltage, wo ich selbst gespielt habe, unterwegs war und nur gelaufen bin in eine Richtung Ja Um irgendwas zu finden, was man vielleicht schon mal gesehen hat, oder Nur um mal zu gucken, ob man da vielleicht schon mal irgendwo in eine Ecke eine Fackel aufgestellt hat Ja, das kenne ich leider auch so gut Ich habe das letzte Mal, wo ich mich bei meiner Map verlaufen hatte, zwei Tage gebraucht, um das wieder zu finden Wirklich zwei Tage und ich habe wirklich viel gespielt, um das Haus wieder zu finden Und das hat mich voll angekotzt, dass ich nicht da weiter kam, bzw. dass ich es nicht wieder gefunden habe Ja, wobei ich sagen muss, also das ist auch, als ich mich so übel verlaufen habe, war das erste Mal, dass ich ein Hexenhaus gefunden habe Oh Schweine Ich habe danach ja auch recht lange mal gesucht nach so einem Hexenhaus Und habe das nie gefunden und als ich das nicht gesucht habe, also als ich nach Hause wollte nur, da habe ich das gefunden Wie jetzt immer so ist, ne? Ja, normal, ne? Wenn man es nicht baut, dann kriege ich es Keine Ahnung, wie viel ich mache erst mal Und ich habe anderes Holz gefunden 15 Glasscheiben Sollte erst mal reichen Und, ja... Warum hat er denn jetzt gewechselt? Ich verliere jetzt schon Leben, weil ich... Ja, mal gucken, also wie gesagt, das war... Letztes Mal war das irgendwie, dass man nur bis zur Hälfte verliert Ja, und schauen wir mal, ob er ganz verliert oder nicht Ich sterbe so ungern In die Höhle gehe ich jetzt nicht Ich habe schon erst einen Zombie gehört Ja, also er hat wieder aufgehört Der 5 Herzen ist Schlussschneiden Ja, das war gut Dann mag er nicht mehr Ja, ich meine mich dran zu erinnern, ich weiß nicht, wann... Äh, dass das irgendwann mal... Äh, das war früher so Bis du dann komplett gestorben bist Also, ich meine ich... Ja, ich meine mich auch so Schwachverneuern zu können Dass das mal so war, aber... Ja, ich habe auch keine Ahnung Ich meine, das ist ja jetzt Version 1.4.7 Hm, keine Ahnung, wovon das war Keine Ahnung... Hab ich nicht mitgekriegt, dann schon Ich meine, damals war es auf jeden Fall so Ich habe immer zugesehen, dass ich genügend Essen hatte Ja, wenn das möglich ist, ist das schon ganz gut, ne? Ich habe auch ziemlich viele Pilze gefunden jetzt schon Okay Und, ja, und ich sammle ein bisschen das andere Holz hier ein, das Dschungelholz Einmal sein Ja, dann lass ich mich gerne an das, das Dschungelholz Ich habe Angst, dass das Dschungelholz Aber es glaube ich es war schrecklich Aber ich habe ihn mitgekriegt Und ich habe es ja Ich bin mitgekriegt Es ist das auch schon Ich bin zu irgendjemand